Yeah, Deichbrandfestival war am Wochenende. Erstmal herzlich willkommen bei Deine Freie Glotze. Oh mein, erkennt ihr mich überhaupt? Ja, weil es wieder so Sommer ist und ziemlich heiß ist. Und das war es auch auf dem Deichbrand in Cokshaven. Yeah, Cokshaven. Und da war wirklich tolles Wetter, Sonnenschein. Ständig 30 Grad Celsius. Ein paar Bilder. Und ein ganz besonderes Video, es gab nämlich einen ganz kleinen Mini-Tornado auf dem Festival. Ein sogenannter Heuteufel, da sind zwei Zelte durch die Gegend gewirbelt worden. Und weil ich nur kurze Ausschnitte habe, weil meine Kamera Ärger gemacht hat. Ja, Ausschnitte und wiederholt ständig. Ja, hier sieht man voll, wie die Zelte umgewirbelt werden. Und da ein kurzer Zelte-Ausschnitt und hier noch so ein Rest von dem letzten Stück. Ja, und dadurch habe ich wieder überlegt, warum geht man zu Festivals? Ja, normalerweise wird man ja mehr und mehr von Etikette und sowas alles und Regeln überhäuft, dass man einfach mal so sein kann, wie man ist. Und so ist es, denke ich mir, auch bei Festivals, einfach back to basic und so. Und deswegen gehe ich da auch gerne hin, einfach mal, ne, und so. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!